An diesem Sonntag erleben wir den ersten Hitzetag in diesem Jahr. Hitze aus unserer Sicht, aus Sicht der Meteorologen, ab 30,0 Grad aufwärts. Da möchte natürlich jeder vor Freude in einen kühlen See springen. Aber mit der Badehose im See ist ein bisschen grenzwertig angesichts der momentanen Wassertemperaturen. Der Wannsee 17 Grad, Aasee in Münster auch 17 Grad, noch kühler. Einerseits die Bergsee, der Tegernsee 14 Grad. Und natürlich Nord- und Ostseeküste, da sind es nur 12 oder 13 Grad. Aber man kann ja nur am Ufer liegen und den Ausblick über den See genießen. Aber bitte mit Sonnenschutz, denn wir haben fast ungetrübten Sonnenschein bis zu 16 Stunden. 10 bis 12 Stunden sind es an der Küste. Warum? Hier sehen wir die Antwort. Es gibt ein paar Wolkenfelder, die von Ostfriesland aus in Richtung Schleswig-Holstein wandern. Im Laufe des Tages, aber abseits davon hier im Norden Deutschlands viel Sonnenschein. Hier auch im Osten Temperaturen an die 30 Grad und selbst an der See wird es warm mit 25 bis 28 Grad. Hitzepol hier, Düsseldorf mit 32 Grad. Blick in die Südhäfte Deutschlands. Auch hier nach vereinzeltem Frühnebel viel, viel Sonnenschein. Wenige Schleierwolken, wenige Quellwolken. Die Quellwolken über dem Bergland eigentlich so gut wie keine Schauer- und Gewittergefahr. Die Temperatur dann bis zu 32 Grad am Mittel- und Richtung Niederrhein. Im Alpenvorland etwas kühler, erträglicher mit 23 bis 25, 26 Grad. Da frisch nämlich der Ostwind teilweise böig auf und auch an der See im Mittelstärke 4 hier aus südlicher Richtung. Bedeutet für die gefühlten Temperaturen, dass es meistens noch etwas wärmer ist als die Thermometer im Schatten anzeigen. Es geht dann teilweise hoch bis auf 33 Grad. Düsseldorf